Gemeinsam für Afrika reist am 17. November mit fünf YouTuberinnen und Instagrammern nach Kenia. Begleiten werden uns Anna Maria Dam, Katharina Dam, Hatice Schmidt, Abigail Odom und Yannick Stutzenberger. Was hat Kenia mit dir zu tun? Was sind die 17 Ziele? Und wie kann Armut bekämpft werden und nachhaltige Entwicklung entstehen? Das schauen wir uns an. Denn Gemeinsam für Afrika setzt sich Tag für Tag für die 17 Ziele ein. Auf der Reise spielt Mode eine besondere Rolle. Denn in Kenia werden selbst inmitten von Elefanten T-Shirts hergestellt. Wir zeigen dir wie das geht. Begleite uns auf der Reise. Bald geht es los.